Hallo, ich bin Timo und mache meine Ausbildung zum Industriemechaniker. Die Lehre dauert dreieinhalb Jahre. Meine Hauptaufgaben sind Instandhaltung und Reparatur von Maschinen und Anlagen. Wir programmieren aber auch computergesteuerte Maschinen, sogenannte CNC-Maschinen. Ich schätze es sehr, dass wir zur Umsetzung unserer eigenen Projekte Ideen einbringen dürfen und bei Problemen unseren Ausbildungsleiter immer um Rat fragen können. Ich kann den Beruf jedem empfehlen, der Spaß an Technik hat.